Musik Der Hüter der Sonne Es wird erzählt, dass die Sonne vor sehr langer Zeit ein dunkler Stern war. Auf ihr gab es weder Wärme noch Freundlichkeit. Die Sonne war sehr einsam. Doch eines Tages besuchte ein großer Drache die Sonne, da er einen Ort suchte, um seine Eier in Sicherheit zu bringen. Die Sonne bot dem Drachen ihre Haut als Unterschlupfe dessen Brot an und aus Dank entzündete der mächtige Drache mit seinem Feueratem die Haut der Sonne, welche von diesem Zeitpunkt an von allen als Lebensspenderin anerkannt wurde. Soweit die Legende. Eines Tages, die Sonne war noch nicht aufgegangen, klopfte ein Drache an mein Fenster. Erstaunt über den unerwarteten Besuch öffnete ich das Fenster und der Drachte begann zu sprechen. Menschenkind, ich habe eine Aufgabe für dich. Eine weite Reise liegt vor mir und ich bin auf der Suche nach jemandem, der über mein Ei wacht. Es ist dies, das Letzte meiner Brut und es liegt mir sehr am Herzen. Morgen, zur selben Uhrzeit, will ich kommen, um es wieder an mich zu nehmen. Willst du es für mich hüten? Mit diesen Worten zeigte der Drache mir ein rotschimmerndes Ei, in etwa so groß wie ein Fußball. Ich weiß ja nicht, ob an dein Fenster schon einmal ein Drache geklopft hat und dich um einen Gefallen gebeten hat. Für mich war diese Erfahrung neu. Ich versprach dem Drachen, gut auf sein Ei zu achten und er flog davon. Ich blickte ihm noch lange nach und fast schien es mir, als würde die Sonne genau in diesem Moment ihre ersten Strahlen zur Erde senden, an dem der Drache am Horizont verschwunden war. Ich betrachtete das Ei etwas genauer und ermahnte mich innerlich gut darauf, Acht zu geben. Also nahm ich eine alte Wolldecke aus meinem Schrank und hüllte das Ei vorsichtig darin ein. Da es noch sehr früh am Morgen war, legte ich mich noch mal ins Bett. Obwohl ich mich bemühte, nicht einzuschlafen, fiel mir nach kurzer Zeit die Augen zu. Nach einer Stunde Schlaf schreckte ich auf. Das Ei! Ich habe das Ei nicht im Auge behalten. Sofort richtete ich meinen verschlafenen Blick auf das Ei, doch es lag noch immer an derselben Stelle, an der ich es abgelegt hatte. Erleichtert öffnete ich mein Fenster, um frische Luft ins Zimmer zu lassen. Ich atmete den neuen Tag tief ein. Die Sonne schien bereits munter vom Himmel und ein wunderbarer Sommertag kündigte sich an. Mein bester Freund besuchte mich und wir beschlossen, den Tag in der Natur zu verbringen. Wir wanderten über Felder mit frischem Korn, tranken Wasser aus glasklaren Gebirgsbächen und labten uns an duftenden Walderdbeeren. Es hätte eigentlich ein Tag voller Spaß und Freiheit sein sollen. Doch egal, was ich tat, das Ei des Drachen ging mir nicht aus dem Sinn. Habe ich etwa meine Pflicht vernachlässigt, dachte ich, als wir im frischen Korn Verstecken spielten. Enttäusche ich gerade den Drachen, ging es mir durch den Kopf, als ich das glasklare Quellwasser zu mir nahm. Ich esse hier und das Ei liegt ohne Aufsicht zu Hause, dröhnte es in mir, während ich die Walderdbeeren zu genießen versuchte. Erschrocken stellte ich fest, wie viel Zeit vergangen war. Die Sonne berührte beinahe den Horizont, als ich mich von meinem Freund verabschiedete und nach Hause eilte, um nach dem Ei des Drachen zu sehen. Kaum war ich daheim angekommen, erlebte ich eine böse Überraschung. Das Ei war zerbrochen und meine Decke lag verkohlt am Fußboden. Ich schalt mich einen Narren, nicht besser auf das Ei geachtet zu haben. Was sollte ich nur dem Drachen sagen, wenn er sein Ei zurückforderte? Die Nacht zog ihren dunklen Schleier um die Welt. Alles wurde still. Die Menschen begaben sich zur Ruhe. Nur ich konnte kein Auge zutun. In meinem Kopf rasten die Gedanken um das verlorene Ei. Was würde der Drache wohl mit mir machen, wenn er meine Fahrlässigkeit bemerkte? Vielleicht wäre es ja auch einfach das Beste, dem Drachen gar nicht zu öffnen. Ich könnte ja sagen, ich hätte geschlafen und das Ei wäre dann plötzlich verschwunden. Ich lag erschöpft in meinem Bett. Und doch blieb der erholsame Schlaf fern. Die Stunde vor dem Sonnenaufgang rückte immer näher. Da hörte ich ein Geräusch. Ich schaute zum Fenster und erblickte den Drachen. Ich meinte etwas Ungeduldiges, fast Ärgerliches in seinem Blick zu sehen. Jetzt ist es um mich geschehen, schoss es mir durch den Kopf. Kaum hatte ich das Fenster geöffnet, begann der Drache schon zu sprechen. Mein lieber Junge, ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich danke dir für dein wachsames Auge und dein aufmerksames Herz. Du sollst von nun an als ein Hüter des Lichtes allerorts bekannt sein. Ich schämte mich so sehr, dass Tränen in meine Augen traten. Ich brachte kein Wort heraus und deutete in die Ecke, in der die Eierschalen sowie die verkohlte Decke lagen. Der Drache erhob neugierig sein Haupt, blickte in die Ecke und richtete dann seinen Blick erneut auf mich. Oh, ich verstehe, es soll dir kein Schaden durch deinen Gefallen entstehen. Mit diesen Worten zog er eine wunderschöne Decke hinter seinen Flügeln hervor. Dies sei dein Geschenk. Es ist eine besondere Decke. Wenn dir kalt ist, dann spendet sie dir Wärme. Und immer wenn dir heiß ist, wird sie dich kühlen. Als der Drache mir die Decke um die Schultern legte, schluchzte ich. Aber Herr Drache, sehen Sie denn nicht, dass ich Ihr Vertrauen gar nicht verdient habe? Ich habe geschlafen. Und dann war ich auch noch mit meinem Freund unterwegs, draußen zum Spielen. Doch ich habe nicht auf ihr Ei Acht gegeben. Und nun ist es zerbrochen. Ich schäme mich so sehr. Der Drache sprach mit einer sehr tiefen Stimme, in der ich ein Grollen zu hören glaubte. Hast du deinen Ausflug denn genossen? Hast du deinen Tag denn unbeschwert erlebt? Nein, nein, habe ich nicht, schniefte ich. Es war ganz furchtbar. Immer musste ich an ihr Ei denken. Doch habe ich nicht nach ihm gesehen. Nein, der Drache beugte sich nun zu mir. Und ich befürchtete, er würde mich einfach fressen. Nun hör mir gut zu, Menschenkind. Ich war schon ein Freund der Sonne lange bevor es euch Menschen gab. Jeden Tag zieht mein Feuerschein über euer Firmament. Und in diesem Licht vergehen manche und wachsen andere. Und du glaubst wirklich, dass ich nicht weiß, wem ich welche Aufgabe zukommen lasse? Da wäre ich ein sehr törichter Drache. Ich bin doch kein Jungtier mehr. Jedem Menschenkind übertrage ich von Zeit zu Zeit einen Auftrag. Und ich weiß bereits vorher, dass er diesen Auftrag gewachsen sein wird. Welchen Sinn hätte es wohl, ein Menschenkind mit seiner Aufgabe zu überfordern? Du hast deinen Auftrag zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Dennoch will ich dir sagen, wo du den rechten Pfad verfehlt hast. Du hast deinen Tag nicht genossen. Die herrlichen Erdbeeren, die ich für dich wachsen ließ, das frische Wasser, welches sich für dich wärmte, All das hast du nicht genießen können, weil du dir um etwas Gedanken gemacht hast, das nicht in deiner Macht war. Was war dein Auftrag? Er lautete, hüte dieses Ei. Und das hast du gemacht. Sieh nur, mein jüngster Spross ist geschlüpft, während du unterwegs warst. Die Natur hat ihren Lauf ganz ohne dein Zutun genommen. Also hast du gut gehandelt. Und das nächste Mal, wenn du vor einer Aufgabe stehst, die dir ein Drache stellt, dann sei gewiss, sie ist bereits erfüllt. Denn sonst wäre der Drache niemals zu dir gekommen. Ich atmete erleichtert auf. Der Drache neigte sein Haupt vor mir und verabschiedete sich. Ich hüllte mich ganz fest in die neue Decke ein und beobachtete den Drachen, wie er am Firmament verschwand. Ich glaubte sogar, einen kleinen Schatten neben ihm fliegen zu sehen. Und als der Drache verschwunden war, begrüßten die ersten Sonnenstrahlen unserem Planeten. Ich schlief kurz darauf ein und träumte von dem Drachen, sicher eingehüllt in sein Geschenk. Ich schlief kurz darauf ein,